Und noch ne Waffe, jawoll, wieder Glücksbogen, der zweite schon. Ich hab ne Waffe gewollt, da ist sie. Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit dem Blätter-Action-Sheet Number One. Und ich seh grad, ich bin auf falschen Server. Scheißegal, wir switchen eben auf den anderen Server. Server 22. Wir starten durch, es geht weiter, es wird weiter geblättert. Ich bin der Lars und wir haben Spaß. So, wir starten durch. Server 22, blättern wir auch ein bisschen. Da die Videos doch gut ankommen, wenn man sehr viel Geld rausklatscht, warum denn nicht? Dein Lebensdrag ist abgelaufen. Ich weiß doch, ich weiß doch. Ich bin grad noch dabei, Alu zu spielen. Von daher, erstmal hier alles reingeklatscht, die ganze Scheiße. Also Alu, erstmal wurscht. Wir haben das Money in the Hood. Wir haben als dicke Sitzen, als YouTube-Money-Shitboy. 325 bin ich gerade eben geworden. Von daher, es ist unsere Begleiter-Skill. Das heißt, ihr könnt mich schon mal Glückwünsche äußern, denn ich bin 325 geworden. Ich bin schon so alt. Wir schauen erstmal im Waffelladen, ob wir einen Epic schon vorweg haben. Und im Zauberladen leider nicht. Aber ein paar Tränke. Ich denke nochmal, wir gönnen uns die einfach mal und schauen mal, was dahinter ist. Ja, noch ein Trank. So, es fällt noch ein Trank, dann habe ich komplett überall Tränke. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Ein Trank des ewigen Lebens für keine Pilze. Nice. Sehr schön. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wir werden blättern. Ich schaue mal eben nach. Ich habe ein paar Pilze aufgeladen. Der Lars mal wieder. Oh, viel zu viele Spätbare. Oh mein Gott. Jetzt rechnet ihr bestimmt wieder auf so viel Geld. Das ist 600 irgendwas Euro. Keine Ahnung. So, wir schauen mal eben. Was haben wir an einer Items, die wir gerne austauschen möchten? Der Helm wäre doch ziemlich schick. Die Handschuhe, die Brust sind okay. Die Schuhe ist auch. Ja, die Waffe kann man halt immer upgraden. 478, das ist gut. 474 ist okay. 478, 464. Also wichtigsten wäre also der Kopf. Deswegen fangen wir im Waffenladen an. Und natürlich eine Waffe wäre sehr, sehr geil. Eine Waffe würde mich auf jeden Fall ganz weit nach vorne bringen. Auf Sabat 22. Mein erster Char, den ich immer noch spiele, seitdem ich aktiv Shakes and Fidget spiele. Schon die ganze Zeit 300 Alustufe. 325. Über ein Jahr Shakes and Fidget. Let's Play. Hey, jedes Let's Play, was ich aufgenommen habe. Beziehungsweise, na gut, war nicht Sabat 22 dabei. Aber man kann ungefähr schauen, wie viele Parts wir haben. Und so viele Tage spiele ich auch diesen wunderbaren Charakter auf Sabat 22. Also eine Ikone, eine Legende in Shakes and Fidget. Und diese Legende muss natürlich weiterleben und muss mit Epics versorgt werden. Aber leider sieht man gerade eben, dass es nicht so gut anfängt. Ich hoffe mal, es bessert sich noch. Oh, da kommt das erste Item, ein Glücksgüttel. Das finde ich ja so supergeil. Dankeschön. Nice. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Wenn ich was überblätter, dürft ihr das gerne wieder schreiben in den Kommentaren. Hab's ja gestern ja auch gesehen. Aber ich find's okay, wenn's ein, zwei Leute schreiben, aber nicht, wenn es jeder schreibt. Ich weiß ja, dass ihr aufgeregt seid, so wie ich gerade. Mein Herz pocht wild nach vorne wie ein Herzinfarkt. Also wenn ich gleich sterbe, wisst ihr Bescheid. Aber, ja doch, könnt ihr ruhig kommentieren. Aber ich find's halt ein bisschen lustig, wenn jeder schreibt, du hast die Kette übersehen. Und jedes Kommentar, also nach fünf Kommentaren, nach zehn Kommentaren, dass ich die Kette übersehen hab, weiß ich's dann so langsam. Das sind schon mal Schuhe 400. Wow. Was sind denn das für krasse Updates? Hab ich schon so lange nicht mehr geblättert hier. Das ist geil. Nice. Zum Glück eben 325 geworden, von daher lohnt es sich das noch mehr zu blättern. Zack. Ich weiß nicht, ob es zu 324, 425 einen großen Unterschied gibt, aber wir haben's halt ausgenutzt. Sehr schöne Schuhe. 84 zu 74. Das sind schon mal zehn Werte mehr. 81. Auch gerne gesehen. Dank angezogen. Natürlich nicht ganz so geil wie 84, aber 81 gibt auch einen Nice. Sehr schön. Zwei neue Items für den Lars. Eine Waffe wär halt ultra geil. Am besten so ein Chicken Master oder eine Wuvuzela. Ist mir eigentlich scheißegal. Aber so eine richtig geile perverse Spanne und einen richtig unnormalen Durchschnittsschaden. Das wäre halt bombenmäßig. Das wäre richtig die Bombe. Die Bombe-Explosion. Das wäre Jackpot number one. Oh, da ist wieder ein Glücksitem. Ein Bogen. Oh, der hat aber eine scheiß Spanne. Die will ich jetzt nicht. Das zweite Glücksitem. Das gibt's ja gar nicht. Wenigstens finden wir Epix. Oh, da ist ein Helm. Sehr geil. Und 80 nur. Nur 80. Egal, nehm ich mit. Nice. Sehr schön. Dankeschön. Weil das ist halt das krasseste Update. Und wenn ich da nichts finde, ist 80 auf jeden Fall angemessen. Weil 67 zu 80 ist auch ein riesen Update. Aber wenn's doch bis zu 84, vielleicht sogar noch mehr geht, ist eigentlich so mit 80 scheiße. Aber willst du machen? 1900 hier. Der Rüstungswert sollte noch akzeptabel sein. Wir schauen mal eben. Ja, 25%. Also bislang läuft's doch ziemlich fresh. Und da ich jetzt diesen Satz genannt habe, wird's ab sofort nur noch scheiße laufen. Ihr werdet es jetzt mitbekommen. Handschuhe neue. 87. 87. Das ist ja, das ist ne Kaufgarantie. Tut mir leid. Da muss ich Pilz verschwenden. Was ist denn los mit euch? Ganz ehrlich, die muss ich ja wohl kaufen. Erstmal stellt zum Begleiter den neuen Equipment hier. Das heißt, ihr bekommt erstmal neue Schuhe, Handschuhe, Kopf. Äh, 81. Was hab ich ihnen jetzt gegeben? 75. Dann über die 81er. Dann schnell schon mal vier Items fürs Klöchenpupöchen. Wo wir natürlich noch nicht spülen können. Daraus kommen Kriegerhandschuhe. Die Kriegerhandschuhe können wir unseren 460, 450 natürlich geben. Was für eine Frage. Ein geiles Update. Sehr schön für den Krieger. Gefällt mir. Das kann dann weg. Jetzt haben wir zwei weitere Slots frei. Und gut. Die Epics kommen rausgeflossen. Die kommen rausgespritzt wie aus einem steifen Sack. Sahne. Und ich hoffe doch mal, dass es so weitergeht. Es ist richtig geil. Also, ihr habt schon mal das Wichtigste eigentlich ausgetauscht, den Helm. Und haben immer noch über 500 Pilze. Also, es ging flott mit den vier Epics, würde ich mal sagen. Richtig Flock. Richtig Flock. Nicht Flott, sondern der Vlog war's. Wisst ihr Bescheid. Der Vlog-Flott. So, weiter geht's. Epics, bitte in meine Tasche. In mein Inventar. Jetzt noch eine Epik-Waffe. Oh, da ist eine Brust. Aller Tribute ist es halt. 402. Nee, will ich jetzt nicht unbedingt. Oh, da sieht man auch. 400 ist schon krass. Aller Tribute. Eieiei. Es gibt bis zu hier sieht man 87. 487er Werte. Da bekomme ich ja gleich einen Orgasmus hier. mitten im Video und spritzt hier alles voll. Die ganze Cam, die nicht da ist, aber den ganzen Monitor. Und die Tastatur, das wäre natürlich richtig geil. Wir blättern mal noch ein bisschen weiter. Das sind Schuhe. Aller Tribute will ich auch nicht haben. Will ich nicht. Wir gehen mal noch so auf 450 Pilze oder so. Gehen dann zum Zauberladen und versuchen uns dort auch zu verzaubern. Aber eine Waffe wäre halt richtig cool. Spiel eine Waffe. Das würde mich auf jeden Fall jetzt doch sehr freuen. Wie wäre es dann damit? Was habe ich ja schon überblättert? Wenn ja, werde ich es auf jeden Fall mit 500 Kommentaren mitbekommen. Entschuldigung. Und noch eine Waffe. Jawohl. Wieder Glücksbogen. Der zweite schon. Ich habe eine Waffe gewollt. Da ist sie. Da hätte ich mich ein bisschen anders ausdrücken sollen. Ich möchte gerne eine Aller Tribute Waffe. Und zwar eine Wuvuzela des Todes. Mit einer Spanne von 1800. Bitte nach rechts raus. Und ein Durchschnittsschaden von über 1050. Handschuhe. 85. Die sind schlechter. Habt ihr gesehen? Alter, die sind so richtig krass, diese Handschuhe. Die sind so pervers. Alter, das sind die. Das sind so krasse Handschuhe, Leute. Das sind so krasse Handschuhe. Glaubt mir bitte. Das ist ja unnormal, wie krass die sind. So, 5er Quest. Die letzte. Natürlich die hier. Beziehungsweise nicht die letzte, vorletzte Quest. Bevor wir denn die Alu. Ist das Quas? 300 Alu? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall 100 Alu fertig haben. Weil ein Strich, beziehungsweise ein Balken davon ist ja 100 Alu. Bitte weiter. Dankeschön. Jetzt noch etwas Brauch. Uh, ich glaube der Helm wird besser sein. Das sind 3er-Sets, ne? 84. 484 nehme ich jetzt auch mit. Oder? Ne, es ist 4er-Update. Und wir haben genug Rüstung. Ne, nehme ich doch nicht mit. Ist für Pilze. Ne. Da blätter ich lieber nochmal 15 Mal hier im Waffenladen. Ich hatte erst die Überlegung. Aber da ich eh bei jedem EPIC gewinne Blätter, können wir es auch uns so gönnen. Und dieses EPIC mitnehmen. Jetzt noch eine Waffe. Komm. Noch, noch, komm. Einmal noch. Komm. Jetzt, jetzt noch 5 Pilze. Oder irgendwie noch 10. Ich brauche noch eine Waffe. Komm. Komm Waffe. Waffe, Waffe. Waffe. Aber eine aller, äh, nicht aller Tribute, äh, 3er-Stats, Waffe, 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 Sie der des Todes. Mit einer krassen Spannung. Ich hab's schon gesagt. Sie muss doch jetzt kommen. Ich würde sagen, bis zum ersten EPIC gehen wir noch. Kennt ihr noch den alten Befehl, wo man immer bis zum, äh, EPIC blättert? Der war auch ganz interessant. Aber weiß ich nicht. Da kann man halt was nicht übersehen. Und das ist ein bisschen blöd. Ich will ja Sachen übersehen. Mach ich natürlich extra. Wie jeder weiß. Zwinker, zwinker. Nein, natürlich nicht. Schuhe. 484. Da haben wir 484 genauso. Mehr Rüstung. Ich hab genug. Egal. Tränke des ewigen Lebens bekommen. Von daher ist es in Ordnung. Tränke kaufe ich gerne raus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Genauso wie diesen Trank. Weiter geht es. Da ist ein, äh, Trank. Ein Trank, den wir nehmen. Im Zauberladen ist es bislang so gelaufen. Ich nehme ja das gleiche EPIC-Event. Ist ja am Wochenende. Ist ja nur am Wochenende jetzt hier. Und ich nehme alle Videos auf. Welche Samstag, welche Sonntag und so weiter. Und ich muss sagen, im Zauberladen lief es bislang richtig abgefuckt. Tränkemäßig richtig Jackpot. Alles rausbekommen, was geht. Auch Tränke des ewigen Lebens. Aber die anderen Tränke. Den gelben nehme ich auch gerne. Ich nehme gerne einen gelben. Trag den schluckig. Und nehme ich gerne den Mund. Aber die EPICs im Zauberladen, die liefen nicht ganz so geil. Die liefen nicht so geil, wie es normalerweise sein sollte. Von daher gönnen wir uns lieber diesen Ausdauertrank. Dankeschön. Und ich hoffe nochmal, dass es hier besser sein wird, wie auf den anderen Servern. Ich will die ganze Zeit den Intelligenztrank nehmen auch. Ich will ihn einfach nehmen. Bevor ich jetzt hier Scheiße baue. Hab auch noch keinen genommen, ne? Nein, okay. Zu viel Mage gespielt. Nur bei Mage geblättert. Da denkt man immer an diese verdammten grünen Tränke. Ich brauche aber gelbe jetzt. Gelbe. Gelb. Meine Lieblingsfarbe. Gelbe. Obwohl ich kein Dortmund-Fan bin. Mir ist trotzdem gelb meine Lieblingsfarbe. Hier, jetzt hab ich keinen Bock mal die ganzen Tränke rauszukaufen. Mann, das ist so nervig. Es gibt mir ein EPIC. Scheiße auf Tränke gibt mir ein EPIC. Jetzt komm. Da ist es wieder und natürlich wieder für keine Pilze. Ich weiß gar nicht. Ist das Standard, dass ab sofort die Ketten keine Pilze immer kosten? War das immer so? Oder bin ich gerade total durcheinander? Ich hab das sonst auch immer... Oder die alle Attribute. Meist dieses Dinge. Ist das normal, dass es keine Pilze kostet? Es taucht irgendwie immer wieder auf für keine Pilze. Ich weiß nicht wieso. Oder wir haben jetzt glaube ich bei jedem Blättern eine Halskette bekommen, die wirklich keine Pilze gekostet hat. Und da bin ich ein bisschen durcheinander. Komme ich jetzt ein bisschen durcheinander. Ist das Standard? Ich hab gar keine Ahnung, Leute. Ich bin leicht verwirrt. Und auf jeden Fall auch noch mehr verwirrt wie vorher. Ich bin eh ein verwirrter Mensch. Und jetzt bin ich der total verwirrteste Super-Ever-Mensch. So, wir machen mal weiter hier im Zauberladen. Ob wir noch ein paar brauchbare Items finden, außer eine Halskette à la Tribute für keine Pilze, nehme ich gerne mit. Aber ich benutze sie halt nicht. Weil unsere besser ist. Wir wollen lieber Dreier-Stats. Und der Larch trägt nur Dreier-Stats auf diesem Server. Genauso wie Tränke. Dahinter hast du schon einen Epik. Schade. Kein Epik. So viele Tränke. Das ist schön. Doch keine Epiks. Das finde ich nicht so toll. Weg damit. Weiter geht's. Hier haben wir auch keinen Epik. Immer schön lucken. Hier ist auch nichts. Da ist nur ein Trank. Den nehme ich mal mit hier. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist ein Trank, den wir wieder mitnehmen. Das Gold haben wir ja dicke Sitzen. Ich habe halt die Fuffis im Club wie der Babo im Club. Von daher passt es auf jeden Fall. Aber wir brauchen eigentlich Epiks oder sowas. Sowas gefällt mir auch. Von daher nehme ich auch gerne mit. Noch einen. Noch einen. Schade. Also zwei Tränke des ewiges Lebens. Schon mal 30 Pilze. Oh. Und wieder. Und wieder. Können wir kaufen. Obwohl, das ist unser Inventar voll. Wir könnten natürlich jetzt einfach YOLO-mäßig gucken. Moment, Moment, Moment. Wir könnten YOLO-mäßig gucken. 404 389 389 46. Ja, der bekommt das jetzt einfach. Ich denke mal. Ich hoffe, das war schon im Klo. War es schon im Klo? Es war schon im Klo. Von daher weg damit. Die, das epische Toilettenpapier, die überlegenheit. Also so mag ich Glücksepics, wenn man sie so kaufen kann. Für keine Pilze. Dann kann ich damit leben. Und dann gönne ich mir die auch. Und freue mich auch darüber. Weil das halt was fürs Klo ist. Ich meine, Toilettenpapier ist eh fürs Klo. Von daher gehörst du auch einfach rein. Ja. Epics. Bislang 3er Stats. Fehlanzeige. Wieder für keine Pilze. Schade. 400. Ja. Nee. Nehme ich nicht. Will ich nicht. Alle Tribute. Fick dich. Will ich nicht haben. Von daher bitte geh weg. Lasse mich in Ruhe. Alle Tribute. Genauso wie Glücksepics. Nein, danke. Will ich auch nicht haben. Wir machen mal kurz weiter hier im Waffenladen. Denn vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, eine Waffe zu finden. Das wäre natürlich noch sehr, sehr nice. Und auch super geil. Von daher probieren wir diesmal weiter. Da bin ich ja doch mal gespannt hier. Eine Waffe wäre ziemlich toll. Oder ein Gürtel. Oder eine Brust. Ja. Das ist okay. Gürtel, Brust. Am liebsten natürlich eine Waffe. Liebes Spiel. Lieber Shakes. Lieber Fidget. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Oder jetzt kommt gar nichts mehr. Ob wir dann irgendwie Jan angreifen können. Ich glaube schon. Also, Jan ist ein Kandidat. Im 13. Stock der letzte Gegner, den wir eigentlich besiegen könnten. Und es kann bald passieren. Ich glaube, es wird auch bald passieren. Dass dieser wunderbare Mann, wo sind die Epics, bald fallen wird. Aber. Wo sind die Epics? Hallo? Wo sind die Epics? Habe ich gerade alle überblättern? Ich sehe nichts. 1, 2, 3, 6. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein. 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 Ja. Oh, gleich zwei auf einmal. Also hat sich das ja fast gelohnt. 481. Nö. Oh, Tier. Auch nicht. Nö. 298 Pilze. Die werde ich behalten. Die Waffe kommt nicht mehr. Wir haben nicht so viel Glück. Von daher. Ja gut. Glück haben wir hier ein bisschen. Wir haben jetzt vier weitere Items fürs Klo. Wir haben den Helm ausgetauscht. Wir haben die Handschuhe ausgetauscht. Sogar zweimal. Und wir haben die Schuhe ausgetauscht. Das finde ich okay. Sonst leider nichts. Ihr seht es ja. Es passiert sonst nichts. Irgendwie das Epics Event läuft nicht ganz so berauschend. Deswegen gehe ich es ein bisschen locker. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Weil ich ja einen über 300er Schaub. Von daher ist das Ganze in Ordnung. Schnell alles verzaubern. Dann können wir nochmal kurz. Die Post blinkt ja. Hi. Geil. FF. Wie viel Epics hattest du dein ganzes Shakes-and-Fidget-Leben? Rate du mal. Please im Video. Und bewerte mal. Bitte mein Schaub. Ich habe gar keine Ahnung, mein junger Freund. Mein Lebenslang ist ausgelaufen. Ich habe mir jetzt zwei neue gegönnt. Für keine Pilze selbstverständlich. War natürlich geplant. Zum Epics Event, die zu erfreschen. Die halten noch bis zum 10.5. nächstes Jahr. Und 28.4. nächstes Jahr. Von daher sind wir gut gedeckt. Zehn Tage nur noch mal. Und das ist ja nicht mehr ganz so viel. Von daher hier schon mal schnell verlängern. Nochmal hier weitere Tage. Komm, noch einmal. So, haben wir noch ein bisschen rausgeklatscht. 38 Tage sollen in Ordnung sein. 249 Pits ist auch okay. Wir gucken noch kurz im Dungeon vorbei. Wir können natürlich den Rest verskinen. Weil ich werde jetzt nicht mehr blättern. Bei diesen Epics Event. Oh, das macht mich so traurig. Wir blättern nicht mehr. Das ist so traurig. Und das ist so unglaublich traurig. Areda-Kampf gegen Diggerchen. Gewonnen. Sehr schön. 21 sind wir schon gefallen. Weil wir keinen Trank des ewigen Lebens hatten. Und der Jan der Hämmerer ist im 13. Stock der letzte Gegner. Jan der Hämmerer. Der letzte Gegner im wunderbaren 13. Stock. Der letzte Gegner im Dungeon. Allgemein. Der 13. Stock ist der letzte. Und wir sind auch letzte. Von daher passt es. Wir versuchen mal so ein paar Tries. Wir hatten ihn schon wirklich an den Eiern. Er hing da schon so halb tot. Der ist drin, Leute. Der ist drin. Mit einem richtig lucky Try kann er fallen. 16.840. Wir stehen hier mit 10.310 an Geschick. Und man sieht es schon. Jetzt gerade keine guten Tries. Ich will mir noch 150% anschauen. Dann sind wir weg. Oh, warum haben wir keine Brunseler, Mann. Diese verdammten Chickmaster. Ich schieße mit so vielen Hühnern. Ich will gar nicht wissen, wie viele Hühner ich schon gezüchtet habe. Beziehungsweise wie viele Eier ich ausgebrütet habe, um so viele Hühner am Tag zu verschießen. Das ist ja unnormal. Legen wir es drauf an. Wollen wir irgendwie jetzt wirklich riskant drauf sein und ihn vielleicht legen? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wenn wir ihn umklatschen. Was für ein Epic-Video bekommen. Egal, er will nicht. Und man sieht es. Also jetzt die Tries waren nicht ganz so geil. Beim letzten Mal. Oder die Lochwoche hatten wir richtig knappe Tries. Teils 20, 30%. Von der junge Bursche kann fallen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und eine Frage des Glücks. Wenn wir mal genug ausweichen, 50% Kuni halt versuchen. Das war es dann soweit von diesen wunderbaren Tage. Äh, Tagebuch, sag ich schon. Entschuldigung. Von diesen Let's Play. Von diesen Epic-Event. Und wenn es euch mal wieder gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach da. Äh, nach, nach, nach da. Lasst doch einen Daumen nach da irgendwie liegen. Nein, lasst einen Daumen nach oben übrig fürs Blättern. Und wie gesagt, wir wollen heute nicht übertreiben, wieso. Wir sind über 325 von daher ein paar brauchbare Epics gefunden. Ich will es nicht darauf anlegen, da wir eh am Wochenende, ja, bleiben wir es Bescheid. Beim ersten Epic-Event vielleicht wieder mehr aufs Server 22, vielleicht andere Server, wo wir ein bisschen mehr rausholen können. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ihr seid ein Haufen Supernasser-Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Und tschüssi, ihr geilen Boys. Yeah. Nice.